Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute mit einem wirklich spannenden Video, denn hier auf YouTube und auch meinem Kanal gibt es ja inzwischen wirklich viele Videos zum Thema Fertig-PCs und auch wenn da einige Nieten drunter waren, gibt es immer wieder positive Überraschungen. Trotzdem waren wir was das angeht meistens in der unteren Preisklasse unterwegs. Heute schauen wir uns mal was ganz anderes an und zwar gewissermaßen den Porsche unter den Fertig-PCs und zwar den Alienware Aurora R11 und zwar in der absoluten Top-Konfiguration. Alienware haben mir den PC nämlich freundlicherweise für dieses Video zur Verfügung gestellt, was echt nicht selbstverständlich ist, gerade wenn man sich mal meine vernichtenden Reviews zu anderen Fertig-PCs anschaut, natürlich und das verspreche ich euch, hat es keinerlei Einfluss auf meinen Test und hier gibt es wie immer ausschließlich meine ehrliche Meinung zu hören. Alienware ist mit Sicherheit jedem von euch ein Begriff und ich weiß nicht wie alt ihr seid, aber bei mir ist es jedenfalls so, dass ich mich gut daran zurückerinnern kann, wie ich schon in der Grundschule, natürlich noch ohne großes technisches Verständnis, immer so einen PC haben wollte. Leisten konnte ich und an der Stelle natürlich auch meine Eltern und sowas nicht, aber umso cooler finde ich es, dass ich heute gewissermaßen einen meiner Träume als Kind testen kann. Was wir hier sofort auf den ersten Blick sehen, ist natürlich das auffällige Design von dem PC und das ist auch eine der Sachen, wodurch die Marke bekannt geworden ist. Sicherlich ist es Geschmackssache, aber für meinen Teil finde ich die Teile einfach unheimlich schick und futuristisch gestaltet. Und seien wir ehrlich, genau so stellt man sich einen High-End Gaming PC vor. Aber an der Stelle seid natürlich auch mal wieder ihr gefragt, wie findet ihr das Design und generell die Marke Alienware? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ich bin wirklich gespannt, was ihr zu dem Thema so zu sagen habt. Und ich hätte gesagt, damit kommen wir jetzt auch direkt zur Konfiguration und wir schauen uns mal an, was in dem PC so verbaut ist. Und auch wenn man das nicht glaubt, es ist wirklich einfach den PC auseinander zu bauen und damit auch aufzurüsten, denn Dell bzw. Alienware haben das ganze Werkzeug losgestaltet, um es euch so einfach wie möglich zu machen. Um den PC zu öffnen, muss man einfach nur eine Sicherungsschraube lösen auf der Rückseite und an einem Hebel ziehen und schon lässt sich das Side Panel entfernen. Jetzt sieht man auch erst, wie kompakt dieser PC eigentlich gestaltet ist, auch wenn das auf dem Video vielleicht nicht so aussieht. Der Alienware Aurora R11 ist auf jeden Fall kompakter als euer klassischer Midi Tower. Das erste, was wir dann zu sehen bekommen, ist das Netzteil. Dabei handelt es sich um ein 1000 Watt Modell. Nicht, weil der PC so viel Strom bräuchte, keine Sorge, sondern einfach um euch genug Spielraum zum Aufrüsten zu geben. Zum Beispiel selbst für eine zweite Grafikkarte. Ihr seht ja, dass da sogar zwei 8 Pin Kabel direkt dafür vorbereitet wurden, um es euch eben so einfach wie möglich zu machen. Das Netzteil selbst kann man dann über einen ganz raffinierten und wieder werkzeuglosen Mechanismus einfach zur Seite klappen, ohne dass man es ausbauen oder irgendwas ausstecken muss und so bekommen wir dann auch endlich einen freien Blick auf die Komponenten des Systems. Was uns zuerst ins Auge sticht, ist natürlich die Wasserkühlung mit dem Alienware Logo drauf. Hier handelt es sich um eine 120mm AIO-Wasserkühlung für die CPU und darunter finden wir das aktuelle Top-Modell von Intel und zwar den Intel i9-10900K bzw. in dem Fall eben den i9-10900KF, weil wir ja keine iGPU brauchen. In meinem Test zu der CPU habe ich in Cinebench R15 2667 Punkte erreicht, da kam ein bisschen schnellerer RAM zum Einsatz und der Aurora RL fliegt mit 2564 Punkten im selben Feld. Damit ist der Prozessor natürlich auch anspruchsvollsten Aufgaben wie Videoschnitt und Rendering gewachsen. Zum Einsatz kommt er auf einem eigendesignten Mainboard mit natürlich Z490-Chipsatz und auch an die Kühlung der Spannungswandler wurde gedacht. Hier kommen richtige Kühlkörper mit Finden zum Einsatz und die VRM-Temperaturen waren auch voll im grünen Bereich. Auch das IO-Panel kann sich wirklich sehen lassen, wir haben hier jede Menge USB-Anschlüsse und sogar einen Typ-C-Anschluss. Natürlich muss man an der Stelle sagen, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt das schönste Mainboard ist. Auf der anderen Seite soll man das ja auch gar nicht sehen können, sonst hätte man ein Sichtfenster verbaut und man merkt einfach, dass da mehr auf Funktionalität als Design geachtet wurde und ich meine, das ist ja erstmal nichts Schlechtes, vor allem in einer Zeit, wo gerne mal Design vor Funktionalität gestellt wird. Und das wäre dann in jedem Fall der falsche Ansatz. Gepaart wird das Ganze jedenfalls mit insgesamt 64 GB Arbeitsspeicher, da kommen vier HyperX Fury-Riegel mit jeweils 3200 MHz zum Einsatz und das sollte auch auf jeden Fall ausreichen. 64 GB, die muss man erstmal voll kriegen. Im nächsten Schritt habe ich dann die Grafikkarte entfernt, auch das lässt sich völlig werkzeugfrei und ohne Schrauben erledigen und zum Einsatz kommt hier ein richtiges Monster. Das ist die RTX 3090 von Nvidia, also das absolute Top-Modell und die aktuell mit Abstand stärkste Gaming-Grafikkarte, die man kaufen kann. Das Teil hat 24 GB GDDR6X-Speicher und ist schnell genug, um wirklich alle aktuellen Spiele auf höchsten Einstellungen und in 4K-Auflösung flüssig spielen zu können, teilweise sogar in 8K-Auflösung. Interessant ist hier, dass Alienware auf ein eigenes Kühldesign und nicht die Founders Edition gesetzt hat und auch wenn die Karte auf den ersten Blick wie so eine typische OEM-Karte aussieht, das ist sie nicht, man hat sich hier aus technischer Sicht wirklich Gedanken gemacht. Denn wenn man die Karte mit anderen 3090 vergleicht, dann ist sie deutlich kompakter. Geschafft hat man das, indem man intern auf eine Vapor-Chamber-Lösung gesetzt hat, das kennt man von älteren Custom-Designs von Nvidia, die ja oftmals noch mit Blower-Lüftern ausgestattet waren und damit die eben trotz des kleinen Lüfters die Wärme abführen konnten, hat man eben auf so eine Vapor-Chamber gesetzt, was eine relativ kostspielige Lösung war, weshalb die Technik auch eigentlich immer nur den Top-Modellen vorbehalten war. Hier kommt dieselbe Technik zum Einsatz und das sorgt auch wirklich dafür, dass die Karte trotz der immensen Abwärme ordentlich gekühlt wird, im Test war sie jedenfalls in der Regel sogar kühler als unsere CPU. Unter der Grafikkarte finden wir dann noch eine riesige 2TB große NVMe-SSD, auch die habe ich natürlich durch den Benchmark gejagt und mit über 2500 MB Lese- und Schreibraten erreicht sie mehr als ordentliche Werte. Zur Seite steht hier dann sogar noch eine 2TB große HDD, insgesamt also 4TB Speicher und wenn die nicht ausreichen, naja dann weiß ich auch nicht weiter. Und im Prinzip waren das alle Komponenten, also zusammengefasst das i9 Top-Modell, ein Z490-Board, eine 120mm AIO-Wasserkühlung, 64GB Arbeitsspeicher, eine RTX 3090, 2TB NVMe und 2TB HDD-Speicher und ein 1000W starkes Netzteil. Also eine absolute High-End-Konfiguration und viel mehr an Gaming-Leistung ist aktuell einfach nicht aus einem System zu holen. Natürlich und ich denke, dass es uns allen klar ist, so ein PC kein Schnäppchen. Auf der Dell- bzw. Alienware-Homepage kostet der PC aktuell zum Zeitpunkt des Tests knapp 4300 Euro, was natürlich wirklich viel Geld ist. Ich habe den PC dann mal bei GuideSiles ein bisschen nachkonfiguriert, das ist natürlich nicht 1 zu 1 möglich, weil hier viele eigene Teile zum Einsatz gekommen sind, aber egal wie man's dreht, kommt man irgendwo zwischen 3500 und 3800 Euro für den Selbstbau raus. Natürlich darf man an der Stelle nicht vergessen, dass da auch einiges an Entwicklungs- und Ingenieursarbeit drinsteckt in so einem Alienware-PC, gerade das ganze Case und das System dahinter ist schon ziemlich durchdacht. Und bei Dell gibt's halt auch den Premium-Service mit On-Site-Support, das heißt, falls echt mal was kaputt sein sollte, kommt der Techniker zu euch nach Hause und repariert das Gerät wenn möglich sogar vor Ort. Am Ende muss natürlich aber jeder für sich selbst entscheiden, ob ihm so ein PC das Geld wert ist. Was ich euch verraten kann, ist auf jeden Fall, dass es jetzt ab dem 23. bis zum 30. November auch bei Dell und Alienware richtig fette Rabatte geben wird, checkt gerne mal den Link ab, den ich euch in die Beschreibung pack, dort könnt ihr die ganzen Systeme finden und wer weiß, vielleicht ist da ja sogar ein Schnäppchen dabei. Jetzt jedenfalls kommen wir endlich zum spaßigen Teil und zwar der Software, den Benchmarks und Spiele-Tests. Natürlich ist Windows 10 vorinstalliert und an interessanter Software liefert Alienware uns das sogenannte Alienware Command Center. Hier können wir nicht nur die FX-RGB-Beleuchtung steuern, was wirklich intuitiv gemacht ist, da kann man alle möglichen RGB-Zonen separat steuern und sogar bestimmte Effekte programmieren, sondern es gibt auch Funktionen zum Übertakten und sogar zur Lüftersteuerung. Auf jeden Fall ganz schick gemacht. Und damit hätte ich gesagt, schauen wir uns auch direkt den ersten Benchmark an. Und zwar wie immer 3DMark Timespy und hier erreichen wir eine Gesamtpunktzahl von fast 18.000 Punkten, davon 18.964 Grafikpunkte bzw. 127 und 106 FPS in den beiden Grafiktests und einen CPU-Score von 13.483 Punkten, was sich schon wirklich sehen lassen kann. Denn der PC ist damit natürlich schneller als 99% aller anderen jemals und weltweit getesteten Systeme. Bei den Spieletests habe ich dieses Mal ausschließlich auf 4K-Auflösung gesetzt, ganz einfach weil WQHD für eine 3090 mehr als unterfordernd ist, die Grafikkarte war da teilweise nicht mal zur Hälfte ausgelastet. Als erstes Spiel war mal wieder Rainbow Six Siege an der Reihe bzw. eben der neue integrierte Benchmark, wie gesagt in 4K-Auflösung mit 100% Render-Skalierung und den höchsten Einstellungen. So erreichen wir trotz der krassen Settings immer noch durchschnittlich 176 FPS, minimal 152 und maximal 200 Reihe. E-Sports Gaming in 4K-Auflösung ist inzwischen also wirklich ein Thema. Weiter ging es mit Fortnite, auch das habe ich in 4K-Auflösung und Ultra-Einstellungen getestet und auch da hat mich das Ergebnis wirklich beeindruckt. Wir erreichen durchschnittlich 120 FPS und da sieht man einfach was für einen krassen Leistungssprung die RTX 3000er GPUs gemacht haben. Als nächstes war dann der integrierte Benchmark von Far Cry 5 an der Reihe, natürlich auch auf Ultra-Einstellungen und 4K-Auflösung und da erreichen wir minimal 90, maximal 112 und durchschnittlich ebenfalls wirklich starke 98 Bilder pro Sekunde. Nicht weniger beeindruckend war auch das Ergebnis im Benchmark von Shadow of the Tomb Raider, hier erreichen wir nämlich minimal 74, maximal 131 und durchschnittlich für das Spiel wirklich verdammt gute 88 Bilder pro Sekunde. Wie gesagt eben in 4K-Auflösung und den höchsten Einstellungen und dafür können sich die Werte wirklich mehr als sehen lassen. Dasselbe gilt übrigens auch für das nächste Spiel und zwar Battlefield 5, das habe ich wie immer im Multiplayer auf einem vollen 64-Spieler-Eroberungs-Server getestet, selbstverständlich auch in 4K und dem Preset Ultra und da konnte ich wirklich kaum meinen Augen trauen. Denn wir erreichen auch in dem Spiel durchschnittlich 125 FPS und das ist der beste Wert, den ich je in dem Spiel bei so einer Auflösung gesehen habe, wie gesagt ich konnte es erstmal kaum glauben. Ihr seht also, was die Gaming-Leistung angeht kommt so leicht keiner an die Konfiguration ran, ich meine Battlefield 5 im Multiplayer, in 4K-Auflösung und höchsten Einstellungen und aktive Aufnahme mit weit über 100 Bildern pro Sekunde, mehr muss man einfach gar nicht sagen. Und das Gesamtpaket was man hier bekommt stimmt einfach, ich habe kaum was zu kritisieren, die Lüfter sind unter Last wirklich human und das obwohl der PC sehr kompakt gebaut wurde. Im Idle könnte er ein bisschen leiser sein meiner Meinung nach und bei Last dürfte der Lüfter der I.O. sogar ein bisschen schneller drehen, weil die CPU doch ganz schön warm wird, ich meine sie hat nie runtergetaktet oder so, aber ich würde da einfach auf Nummer sicher gehen wollen. Beide Punkte kann man aber natürlich einfach selbst über die Lüftersteuerung lösen. Ansonsten einfach ein gelungener PC, ich denke mehr kann man dazu gar nicht sagen. Das Ganze hat natürlich seinen Preis, aber ihr könnt ja mal die Black Friday Angebote abchecken, Link dazu wie gesagt in der Beschreibung. Ansonsten interessiert mich eigentlich nur noch eure Meinung zu dem PC, schreibt mir gerne mal in die Kommentare wie ihr das Teil so findet und ob ihr gedacht hättet, dass man inzwischen auch 4K-Auflösung so gut spielen kann. Sonst hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat, wenn ja dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe ich sehe euch im nächsten Video.